Alter! Werdig großer Bastard! Ein weiterer Versuch. jack marston ist das in den stadt ausmisten ja oder ist es schon das wird nicht so lange dauern dann machen wir es mal kurz sorry muss die miesen du kann jetzt gemorgen werden dann machen wir mal ein weiterer das so von jack marston dort werden wir wieder was mit unserem sohn machen ja vielleicht sogar nicht so schlecht hey sohnemann hmm Wie geht es? Gehen wir nach der Reise. Okay, Sir. Warum muss ich so sein? Ich bin sorry. Es ist okay. Du wünschst, ich war mehr wie du? Wie ich? Nein. Aber... Wir gehen. Kann Rufus kommen? Die Fische schreien die Fische. Aber, wenn du ihn auch möchtest, glaube ich. Also, du wirst nicht, wenn wir keine Fische schreien? Ja, ich... Ich bin nicht sehr gut an das. At Fischen oder Walking? At Talking. Mit dir. Aber Fischen wird Spaß. Natürlich. Nichtsdestotrotz. 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 Ich möchte Fische. Und... Es wird ziemlich Spaß. Ich versuche. Okay. Es ist gut, dass ich mit dir mit dir, obwohl ich... nicht das richtig sagen kann. Bann dich, Papa. Wir müssen... Wir müssen... Wir machen mehr von diesem. Sure. Ich meine... Ja. Ich würde das gerne. Es ist ein schönes Land, nicht wahr? Ich glaube. Das Grasso und das Licht. Es gibt viel Schmerz in dieser Welt, aber es ist wirklich viel Schmerz. Ja. Du kannst es besser sehen, wenn du älter bist. Es ist schwer bei deinem Alter. Es ist einfach... Land und Licht. Das ist ein richtig guter Fischungspot. Die Leute sagen immer so, und Stunden später, sie haben nichts verletzt. Nichts. Bist du nicht nur die Leidenschaften auf alles? Na, nicht so? Na, vielleicht. In diesem Fall ist es wahr. Ich sehe, es gibt wirklich große Fischung hier. Großartige Fischung. Es ist schwer zu catchen, aber wirklich gut zu essen. Es ist schwer zu catchen. Geh deine Beispiele in früh. Das Hund von dir weiß, dass er von einem Complainin' Know-It-All ist? Komm schon, Junge. Ich bin sorry. Nein, du nicht. Nein. Es ist alles gut. Komm schon, lass' Fischung. Uncle Jose, er... Er war der Fischung, nicht wahr? Das ist richtig. Ich erinnere mich, Uncle Arthur hat mich genommen. Arthur sagte, du hattest einen Fisch. Na, hat er? Ja. Ich glaube, er hat er. Das ist nett. Ach ja, ich habe den AFA auch schon. Ich habe einen Beispiele. Ich habe einen Beispiele. Okay. Jetzt bleib ruhig und starte ihn in. Nicht zu schnell. Ich will den Huch in fest. Er ist... Er ist stark. Gut. Jetzt bleib ruhig. Bleib ruhig. Gib ihm einen Tug. Jetzt bleib ruhig. Ich habe ihn. Verhalten natürlich. Was denkst du? Wie fühlst du dich? Ich... Ich... Ich fühle... Ich weiß nicht. Danke, Vater. Ich habe gesagt, das war ein guter Fischungspot. Ja, du hast. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Frauen. Ich habe ein paar Frauen. Und ein paar Männer kamen. Dressen wie sie aus der Stadt kamen. Keine Ahnung. Das wird hier sein. Danke, Gott. Wo ist Rufus? Ich weiß nicht. Relax. Er ist ein Hund. Wo ist er? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Rufus! Komm her, Junge! Rufus! Hier, Junge! Hier, Junge! Rufus! Oh, jetzt sind noch Rufus zuhung. Ja, gut. Und dann... Rufus! Rufus! Jack? Jack?! Dad?! Bitte! Rufus! Rufus! Nein! Wie ist das? Es ist ein Hund! Ich weiß! calm ihn nicht nur. Und Jack? 구ffel dich auch. Komm her. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? Basis! Ich liebe dich! Aber wie eine Vampir. Abigale, kann ich eine Hand bekommen? Was ist passiert? Der Pferd wurde von einem Schneck. Wir schauen ihn nach ihm. Und den Mann. Grabben ihn. Ist es okay? Jack, der Pferd wird einfach gut sein. Wir müssen niemals nachdenken. Manchmal... 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 Manchmal weiß man, wie es sein wird. Aber... Der Pferd... Der Pferd wird einfach gut sein. Es ist okay, Junge. Gott! Na gut, das ist natürlich ein bisschen schief gelaufen. Aha, na gut, aber der Hund, der wird schon wieder... Da schätze ich schon. Aber ich habe ja gleich reagiert. Ich habe ja gleich das Schlangengift rausgesaugt. Um davon jetzt nicht mal große Zeit gehabt zu wirken. Ich werde immer Sir nennen, als ob er so ein Fremder werden. Bopper boppern ein bisschen schief gelaufen. Und ich habe gerne recht gemacht. Ich glaube so. Und ich habe gut gemacht? Ihr habt gut gemacht? Das war gut. Also... Ich habe �iert? Nie, aber... Ich habeагоg��ig? Ich habe nie? Sadie, ha ha, you're alive John, it's... Sadie Adler Why'd you know she was... We... I'm sorry, I thought I... You look well I'm so happy, I'm so happy Come on But tell me about you, darling All armed to the teeth like that I'm a working woman, Abigail I'm a bounty hunter, bodyguard I protect the gold prospectors up in the hills I'm thinking of starting my own transportation business I was thinking maybe if John wanted to earn some money My husband, he ain't looking for that kind of work I took on a lot of debt when we bought this place And you're working for her to pay it off? Yes, sometimes I was But I thought we said no more that No, you said that What else am I gonna do? I'm a goddamn man It's legal work, Abigail And I never got killed It's hunting down fools for the government Easy Even Jack could do it Don't you put those stupid ideas in the boy's head He's gonna do something better than this Like what? Writing silly stories? I'm sorry, Abigail Really, I am I just thought if you wanted to earn some money How many times do I gotta bury you, John Marston? Never You ain't never burying me It's legal work that I can handle There's a... There's something else Micah? Bounty hunting is one thing But goddamn Micah I heard he was up country Or some fella who sounded just like him Killed a family Bar a little girl who escaped Leave Micah alone I'm sorry, Abigail I came by cause I was riding by chasing a fella And I thought John wanted to earn some extra money What is it? Abigail We need the money Some fella robbed his business You know, an accountant or something Came down from roads, I believe How much does it pay? It pays good The soft ones usually do Okay then I guess But Micah? No Alright John Marston? Let's go Just... You bring him back to me You're here? Of course Ich gehe immer schon davon aus, dass Micah uns nicht, äh, freiwillig, äh, dass wir Micah, nicht, dass wir Micah, nicht, dass wir Micah, die irgendwann sehen werden Achso Ich wollte wohl schon da, muss doch mal gefährt You ready? Follow me We're going up into tall trees Hey It's nice of you to stop by and see the place Finally Abigail's back With the boy You must be so pleased, John And the ranch You were right It's really something I think I'm gonna ask her to, uh, marry me I got a ring It was It was Arthur's I found it in a bundle of things that I've kept You're marrying Abigail Or, uh, asking her at least Oh, my I never took you for a romantic No, me neither But, it's something I've thought about And, uh, I think I know I want it Okay I guess I thought you were married already Long ago No, not really Not officially Well, I'm real happy for you, John Well, being married It made me real happy Ah, yeah Ah, klar, jetzt Abigail Darf nicht Da Oder sie finden uns Must be it Get down Let's take a look around Something's been here This This looks Looks like a bear Or something came through here Hmm That fella left in quite a hurry Here Oh, he was from the south Whoever he is Then, maybe he's our man If he ain't become some bear's lunch Yeah, looks like they went this way Him or the bear It's that way, I'd say Great Damn it I lost the trail Can you see which way he might have gone? Mm-hmm Okay I think I got him Follow me Ja, ich glaube, das könnte richtig sein Ja, this way Ja, this way It keeps going through here nämlich auch so ein bisschen dabei im bett man da muss man das natürlich auch mal machen werden nacken mit zeile hat man auch so was oft sehr oft gemacht das war alles von dort das war noch ein gutes spiel e feel free hoh boy that our fella maybe looks more like a local former than they herr it's left of one is it gone you marshal thurwell that i am i am i'm here to arrest you on behalf für die Stadt Lemoyne. Sie wollen für Theft, Fraud, und Beobachtung. Ist der Monster noch da draußen? Nein, ich glaube, er ist weg. Komm raus! Komm schon! Don't schoenke! Keep walking! Komm schon, ich komme! Schau raus! Was? Was? Wow. Beil dich! Ach du Scheiße. Oh, das ist ein Monster. Schau raus! Bevor ich da komme, kann ich dich selbst töten! Ich komme! Pathetisch! Wollen wir sehen, ob das Tier uns hilft? Nein, Frau. Das war nicht. Ja, es war. Komm hier! Komm hier! Entschuldigung! Thurwell! Nimm dich selbst ein Mann! Na? Das ist wie Abigail sagt. Das ist ein Wort für dich! Und der nächste, der abgeliefert wird! Ich kann nicht glauben, dass wir nicht diesen Mann töten konnten. Du hast ihm etwas zu uns von uns gewinnen, am wenigsten. Ja! Du bist gut, Joan? Ja! Nur... Wir finden immer ein Weg, fast zu getötet, nicht wahr? Ja, das ist ein bisschen das Problem. Vielleicht war es nicht richtig für mich, mit diesen... wirklich schweren Dingen. Familie und alles. Verstehend all das? Ich weiß nicht, ob ich es wieder kann. Ja. Ich bin mein eigen Mann, nicht ich? Ich bekomme diese Telefonnummer. Ich brauche das Geld. Du bist dein eigen Mann, sicher. Aber ich bin meine eigene Frau. Und ich bekomme sagen, mit dem ich bin. Und ich weiß nicht, ob deine Branche, und deine Kindheit, und deine Frau sind die Dinge, die ich überraschend bin, wenn ich ein Gunshot höre. Ja... fair genug. ... 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 Idiot. ... Ja. Der Überraschensmoment ist bei sowas immer das beste. ... ... ... ... ... Das ist ein kaltes Geschäft, nicht wahr? Ja. Es braucht ein bestimmtes Niveau des Entschuldigung. Du denkst, wenn es richtig ist? Nein. Ich sehe nur ordens auf der Wand. Und ich versuche und füge sie. Und wenn es andere Bastards gibt, nach den gleichen Ordens wie ich bin, dann bin ich kompetitiert. Es heißt, Industrie. Und, wenn du nicht bemerkst, jeder ist da da zu tun. Ich denke, sie sind. Du sagst früher, dass du etwas über Micah wusste. Du sagst mir was, was du wissen? Du bist sicher, dass du ihn hörst? Es ist nicht all das zurück in deinem Land. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn behandeln. Deine Bauten? Oder die Transporte? Das ist deine Entscheidung, um mich zu machen oder nicht. Aber... Aber Micah? Das ist etwas... Wir... 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 Ich... Ich muss es machen. Mit oder ohne dich, Sadie. Ich weiß, was ich sagen? Okay. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich denke, du bist ziemlich nah, wenn du etwas wahrnimmst. Wenn du etwas wahrnimmst, du es mir anst. Okay. Ich bringe es dir anst. Aber du denkst, wenn du das wirklich was, wenn du wirklich willst, alles du kannst, alles du kannst, und alles du kannst. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ich verstehe. Lass sie runter. Lass sie zurück. Lass sie nach Hause. Lass dich wissen, ob ich nichts über Micah. Du brauchst eine Hand für sie in? Sie? Nein. Ich bin gut. Du sicher? Ja. Ich sende deine Hand in die Bank, wenn ich verabschiede. Danke. Yay. Ein wirklich großer Bastard. Ja, das kann man so sagen. Und was ist das hier nochmal? Abigail Roberts. Eine traumhafte Zukunft. Ja, wenn wir jetzt so mit Micah anlegen, dann legen wir uns doch wieder mit Dutch an. Out of my way. Oder? Oder? Ich weiß ja nicht, also... Ne, obwohl am Ende haben sie sich ja getrennt. und sollte man es ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken.